die alle leute und herzlich willkommen zurück zum Tuker vor jetzt ist das stumm war klar in einem Luhm er liegt gerade noch was rum war also liegt gerade noch minecraft 172 hat recht neu gemacht er hat sich das falsch ausgewählt und und wir werden Mauskabel ist zu kurz sehr sehr scheiße 1.7 was hast du gesagt 1.10.2 auch 1.10 Uhr die Diversität gut habe ich gehört und die gibt es nicht dann kommen wir nicht die 1.8 Uhr die 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 Brüdie ist schon draußen weil ich meine richtige Lösung es wird noch bisschen dauern 3 welche Kuh und Söhne die Fallschau deutsch-völkisch komplett falsch noch falsch als falsch so eine Oh, ich bin dann auch da Crazy shit, Junge Wolltest du es meinen oder dein Pferd? Meins war es nicht Aber es ist wahrscheinlich meins Sind mir nicht mehr ganz sicher Das ist dann schon wieder ärgerlich Ist einfach meins Meins So Ja, Minecraft, Spiel Einfach mal ab Das wirst du nicht? Absoluter Hammer Ähm, den Slash Mob Ja, Fenstorfen, geil Ja, ich hab's Gott gehört Bob Erst mal Motorrad vorbei Oh ja, Mann Aber so endlos warm im Zimmer Mann, das muss sein So Dann holen wir uns nochmal ein bisschen Holz Richtig geiles Holz Ich benutze erst mal die Farm Richtig Die haben Kartoffeln? Ja Der Möhren War ich irgendwie mal nicht dabei, oder? Nein Ich hab noch irgendwo Kartoffeln offscreen beim Suchen gefunden Offscreen auch noch gespielt Ach, Mann Das war eine halbe Stunde Ich hab die Kisten ein bisschen sortiert Bei mir Wer Kisten sortiert, der braucht halt Zeit Nicht essen, platzieren Ich essen, platzieren Ich essen, platzieren Hallo Irgendwie Funktioniert mein Tree Trap doch grad nicht Ich hab die Kartoffeln Ich hab die Kartoffeln Weg damit Ui Ui Fotze Was? Was? Wie gut folgt So Flup, flup, flup Geben Gib mir doch, Setzlinge Malz Ja, ich hab schon zwei Stück, immerhin Ich will mehr Läuft hier bei dir 3 Fertigustum Cool Gib mir Setzlinge Okay Okay Yay Muss Bäume pflanzen So So Jetzt brauche ich einmal Wasser Wasser Und ja So Zwei Eimer haben wir Dann brauche ich Schaufel habe ich Du weißt, dass man, dass das, äh, Anti-Sheet-Plug-In das sofort erkennt, ne, wenn du ja irgendwas versuchst Was soll ich denn versuchen Was soll ich denn versuchen? Der hat irgendwas mit Hover, äh, geschrieben Was? Ähm Failure Failure Survival Flying Tide To To In Klammern Hover Over Distanz NCP oder sowas, gell? Ich weiß nicht, wie es heißt Das ist unten Das ist unten so NCP, gell? Pfff, kann ich nicht Ja Ja Ja, wenn ich jetzt die ganze Zeit springe Dann denkt das, äh, ich hab das auf meinem Server, oh, das hab ich mal jemanden beobachtet der ist die ganze Zeit so rumgesprungen, ne Weide lang Und dann, äh, stand unten da Flying Oder Beispiel, wenn ich jetzt die ganze Zeit Tür auf und zu mach und gleich auch was, warte Ich kann ja mal machen Ich muss unbedingt dieses hässliche Kackloch hier stopfen Gar nicht Dann schon bei dir was da? Nein, noch nicht Da haben die das bei mir auf dem Server, äh, etwas klinger gemacht Eigentlich wackeln Wundervollen Da Ja, so sehe ich das auch Ob ich close zone Oh, oh, ok So, Erde war da drin, die brauche ich jetzt aber Wo ist Holz drin? Achso, Holz hat immer hier hinten Die brauche ich dann mal und das und das Da machen wir noch ein paar Stiefchen Mhm Ein paar Mhm Oh, 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 oh Hammerhart Achso, ja, mhm, ach man Ich vergesse das immer wieder Ich vergesse das immer wieder Also, wir haben Ein Buch Und wir brauchen Warte mal Das Ding muss ja Komplett drum herum ausgefüllt sein Ja, viele Bücher Ja Was machst du? Na, für den Enchantment Scheiß dann Oh So, hier soll ja mal dann später keiner runterfallen Hey Das sind jetzt schon wieder kaputt gemacht Ich mach grad hier Gras weg Nein Das geht mir grad voll auf dem Piss das Zeug Oh, Diamantspitze Was willst du mit einer Diamantspitzehacke? Ne, ne, meine Eisenspitzehacke ist grad kaputt gegangen jetzt nicht die Tür Achso So, nenn wir das heute So, da kommt Erde hin, da kommt das hin Dann bauen wir doch mal unser Dach weiter Unser Dach weiter Kasse Kröbel Auch kein Mensch Was? Ja, jetzt erschlägt es mich auch noch Soll vorkommen Ich mach das jetzt ganz einfach und simpel Ja, hundertprozentig simpel, sicher Ja, gleich machen wir jetzt einfach draußen ein Baugerüst Ich bin viel zu voll, da oben immer so rumzusneaken, ey Ohne Scheiß hier Du kriegst ja noch Anfälle Hm, hm Fick dich doch Sneak, sneak Mann, was heute hier unterwegs ist Abartig Abartig Zack Zack Jetzt kann ich hier richtig schön bequem bauen Wieso ist es eigentlich Achso, jetzt weiß ich wieso Noch ein Das beste Baugerüst, was es mal geben kann Achso, ich hab den Spawn übrigens umgesetzt Mhm Wenn's dir noch nicht aufgefallen ist So Ist da hinten die rote Fläche mit den vier Äh Ja Genau diese Fläche meinte ich So Dann essen wir mal ein Stück Das ist ja auch gar nicht so, als ob das ich hier jetzt hier so ein Drahtseilakt mache oder so Das hier mit jetzt ganz ruhig Das hier mit jetzt ganz ruhig, der überlegt bestimmt So Oh. Zum, 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 zum. So. So. So muss das gemacht werden. So. 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 So.